Und ich treue die Drennung in Ordnung. Vorher frei. da ist Kahn Kahn ist Kahn Drei gleiche Walzen streng dich an Wissen wir da nicht Schauen wir mal was uns hier beschert wird Die Dame Jawohl sehr schön da zieht der Jules aus Schau 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 Ja, warum denn nicht? Und hier gibt es noch 5 Freispiele Na los, schade Na los, schade Und Nummer 5, eine Verlängerung wäre immer nett gewesen, aber naja, was soll's. Und einmal Bücher. Och jod. Da ist bei Psalm 5, du Knauser-Kopf. So, schauen wir mal die Flaschen an. So, schauen wir mal die Flaschen an. Schade, glatte 70. Und hier gibt's auch mal 10 Hörspieler heute. So, schauen wir mal die Flaschen an. Und da ist die Flaschen. Und da ist die Flaschen. Schade. Und hier ist die Flaschen. Und hier ist die Flaschen. Und heute mal hier ein Ründchen. Bank on it. Los geht's. Gucken, ob wir ein paar Freispiele ergattern können. Und hier ist die Flaschen. 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 Anu war los. Kann doch nicht so schwer sein. Oh, wieder nicht. 64. Hoch mit hier, hoch! Versaut, schade. Der scheint wohl nicht zu wollen. Spielwechsel. So, hier gibt es mal drei Freispiele. Ganz niedlich. Nächstes Mal gibt es zehn, du Geizknochen. Na Wahnsinn. Versuchen wir mal ein paar mehr zu ergattern. Und hier gibt es mal ein Rundchen Freispiele. Oh, das ist noch ein Rundchen. Duftig, duftig, duftig. Los! Komm! Ach, schade. 14 Euro, echt niedlich. Und heute versuchen wir unser Glück hier. Vielleicht gehen wir noch ein Rundchen. Schade. 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 Ja. Jetzt kommt ein Spock weiter aus. hier scheint schon mal nicht versteckt zu sein einmal ohne freispiele schade schade dann drehen wir mal eine runde kaiserwetter wir brauchen eine Sonne hier 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 Ich glaube, das war ein Latt. Da gibt es die Zeit nicht, was hier schaltet. Das flitzt ja nicht mal eben durch. Gut, reicht mir. Spielwechsel. So, mal schauen, ob wir jemanden mit Kleist sagen können. Los. Hopp oder Topp. So, das waren mal ruckzuck. 30 Euro pro. Nix dabei. Und hier kommen aber eine Flatart 15 Beispiele. Ah, nun kommen wir langsam. Genau so. Genau so. Schade, schade, schade. Und heute gucken wir mal hier in der Hunde rein. Starten wir mal zart. Mal gucken, was das wird. Schade, 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 schade. Die Bombe. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, da war so ein Kingabittchen Zeugs hier. Ach, da gibt's ja. Untertitelung. BR 2018 Oh, Sauna in den Rennen. Schade, macht er nicht. Oh, wo steckt sie denn? Hier. Oh ja, sind sie verjessen hier oder was? Nochmal. Da ist die Ausbeute schon magerer. Oh ja, da ist die Ausbeute. 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 Ich habe keine. Das ist vergessen hier. Da ist er. Da. Ganz großes Kino. 12 Euro. Friedlich. Mal ein Stückchen drauf. Oh, ist jetzt der Innen hinterher. Anständiger. Ja. 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 auch daneben kannste knicken einmal spielsetzen soll nicht sein schauen wir mal ob wir den ergattern können hier auf den Kröterich hängt da eine Etage drüber dreh eine schöne Runde auch haut er wieder ab weg haben wir nix so 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 Geht weiter geht weiter Kommt noch nicht so wahnsinnig viel Noch mal Jetzt war ein anständiges Bild drin ja auch nicht mehr ruhig gewesen 42 Die 3 hätte jetzt da gehen müssen Das wäre gut gekommen Die 2 Die 3 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 Und eins haben wir noch Sind wir durch 111 Na ja doll ist das nicht Die 3 Und hier mal ein Wünchen Stinky Diamond Auf geht's Die 3 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 Die 4 Oh nein, 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 nein Und noch ein Leutchen, sehr schön. Na, guck mal, guck mal, guck mal. Nicht so zackhaft. Na, die Runde hättest du dir versporen können.